Hallo Leute und willkommen zurück an der gleichen Stelle wie im letzten Video. Und warum ist die Steuerung wieder so dämlich bescheuert? Äh, ja was wollte ich sagen? Sorry für den Epic Fail am Ende. Ja, mein Computer ist scheiße. Ich danke ihm dafür, dass er mir immer diese schönen Sachen gibt. Oder eher gesagt nicht gibt, weil... Weil er ist ja meint, dass er zum Absturz bringt. Yay! So, hier der Gehschüssel. Ähm, ja. So eitel sind wir. Wir gehen ins Pokémon Center. Wir gehen und wir machen keine Pause. Nein, ihr sollt live miterleben, wie ich feile. Und jetzt hat der Turnort auf einmal aufgenommen. Also nicht zu mir. So, eine Minute ist schon rum. Mach hinne. Och man. Es tut mir ja so leid. Aber ich wollte das Video halt nicht nochmal aufnehmen. Und in dem Video davor, wo es keinen Ton gab, äh, da gab es diesen Epic Fail schon mal. Und das ist echt ätzend. Und ich glaube, das wird jedem Video kommen. Oder ich hoffe es mal nicht. Und wehe, wenn es kommt. Und kotze ich auf den Tisch. Und das ist echt ätzend. Wenn da andauernd hier ein Scheißeses drauf fällt. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Und das ist echt... Also es ist echt... Echt... Wenn der mit dem Sinn nicht gleich ist. Ich glaube... Dann müssen wir das erst später... Dann müssen wir jetzt erstmal gegen Saturn kämpfen. Dann müssen wir das Saturn... Und dann so. Dann müssen wir das... die jetzt hier dann kommen wieder hier raus das Land Hallo ich muss doch irgendwie noch mit im zweiten Leuchtturm gehen, oder? Nein, das weiß ich nicht, Scheiße. Alles gehört schon, sehr toll. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich lache nicht. Das kann nicht mehr jemand sagen. Ich hab Platin, da als die Mann kein Spiel. Wartet, wartet, wartet. Es geht einfach hier lang, es geht einfach mal hier lang. Nein, vielen Dank. Ey, das kann doch nicht wahr sein, hier muss doch irgendwie noch ein zweiter Eingang sein. Ah, ey, ich bin so, ich bin so schlau. Ich bin, Mann, ich, oh, ich glaub ich weiß, wo der zweiter Eingang. Wo ich jetzt auch glaub ich reinkomme, weil ich diesen Gehschlüssel habe. Und ich hoffe es, dass es so ist. Mann! Ich wollte da gar nicht rein. nach unendlichen Stunden voll der Sucherei und brechen. Ja, es ist das. Ja, es ist das. Pfiffchen. Pfiffchen. gar nicht mal abgesehen davon aber es gibt keinen richtigen Levelpunkt weil keinen richtigen Levelpunkt bietet weil da auch Pokemon Level 30 kommen ja und deswegen kann ich da leider nicht level ich muss also warten bis wir im Kraterberg sind oder ähnliches so 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 da langweilig buch wer bist du Fernsehgucker oder Pferden ich sag gar nichts mehr obwohl dann was auch ein bisschen langweilig war nicht wahr so warum warum hallo so ein Scheiß es ist total bescheuert es ist total dämlich warum warum kommt dieser Scheiß andauernd immer nach so 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 die oli jedoch die hier Lass es nicht aufgenommen, weil es wäre sehr, sehr doof. Ja. Es wäre auch wirklich sehr, sehr doof. Au. Und jetzt, Angriff, mit Lebensschuss. Nein. Und so vor, yeah. Und jetzt kann ich gar nicht mehr Miststück sagen. Oder so ein Scheiß. Das ist eigentlich so. Und warum sind die Alte so stark? Warum? Das ist nur bitte einen vernünftigen Grund, warum die so stark sind. Ich weiß, es ist ein Patch, Leute. Aber müssen die Pummen nun so stark sein? Nein, ganz sicher nicht. Da hätten sie ja wenigstens die Tränke und Beleber irgendwo anders hinpacken können. Und stärkere Dinger. Das ist echt echstend. Warum? Warum ist immer dieser Scheiß-Desktop aus? Das ist echt total sinnlos. Egal was ich mache, es gibt immer irgendwas kaputt. Aber so lange meine Stimme da ist, weiß ich, dass ich noch da war. Und das ist wieder ein IP-Cräver. Yay! Ja. Ja. geht geht Leute was er und das Problem beliebt Womit das mit dem Desktop, was mit dem Desktop auf sich hat, das ist immer ein Schwarzwort in dem Scheiß. Also Leute, ich sag, ciao, bis zum nächsten.